Sieh mich an! Sieh mich an! Du glaubst, die sind für den Selbstmord der Leute verantwortlich? Und wieso ist dein Papa nicht hier? Ha? Wenn es eine andere Erklärung gäbe, wäre er hier. Hier bei uns. Aber nein, sie haben uns allein gelassen. Sophia. Glaub mir. Alles, was ich will, ist dir helfen. Ich bin nicht mehr das kleine Mädchen. Du warst gestern fast im See ertrunken. Sag nicht, du wüsstest, was du tust. Ich verstehe nicht, dass du dich an nichts mehr erinnerst. Das Wurde Vielen Dank.